Sie wollen besser sein als Ihre Konkurrenz? Neue Gäste gewinnen? Sie mit neuen Ideen und Angeboten begeistern? Innovativ sein? Innovation erleben und mitgestalten? Innovation, das bedeutet, mit neuen Ideen langfristig erfolgreich sein. Die landesweite Innovationswerkstatt Nordrhein-Westfalen bietet Ihnen alles, was Sie dafür brauchen. Neues Wissen und neue Impulse. Neue Kontakte und Netzwerke. Neue Ideen und Konzepte. Innovatives Denken und neue Kreativitätskonzepte. Machen Sie Ihren Betrieb zukunftsfit. Gemeinsam mit anderen touristischen Akteuren steigern wir in Seminaren und Workshops Ihre Innovationsfähigkeit und entwickeln konkrete Innovationen. Wählen Sie einfach das passende Thema für Ihren Betrieb aus. Ob neue Möglichkeiten der Digitalisierung, Ideenfindungsprozesse, Lösungen für eine innovative Betriebsnachfolge oder neue Wege, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Auch für Sie ist sicherlich das passende Angebot dabei. Und was haben Sie davon? Mehr Wissen, mehr Gäste, mehr Umsatz und eine höhere Attraktivität für Ihren Gast. Das Ziel der Innovationswerkstatt, Ihr Mehrwert. Nutzen Sie die Chance für sich und Ihren Betrieb und informieren Sie sich unter touristiker-nrw.de slash Innovationswerkstatt www.leafibriterium.de www.leafibriterium.de